. 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 Also, lief Leute, nehmt kurz Platz. Nehmt kurz Platz, es gibt einen kleinen Terrorismus. Ich habe einen Citron-Aktur als Platz 10. Okay, ja, dann sagst du dir aus. Ja, das du korrigieren wolltest, aber ich will das auch machen. Braucht jemand eine Schule? Ich muss eine Schule. Ich bin durch die Schule. Ich habe einen Kuh. Also, dann nehmen Sie mich den Platz. Ich warte mal eigentlich. Was hier, was wolle ich? Ich habe einen Kuh. Also, meine Schafe, nehmen Sie Platz in der Wohnstube. Ich mache den Platz in der Wohnstube. Ich nehmeっていう Platz in der Wohnstube. Das geht? Ich habe eine Wohnstube. Da sind wir nicht verstanden. Was ist der Institisierung? Ein Auto. Auf Deputy Kuh vem. Ab indem. Wie sind denn deine Gäste? Also... Hallo miteinander! Nein, nein, ihr seid... Nein, mach jetzt Stress dich. Ich trinkst Stress dich und dann holst du mich beschäftigt. Nein, Flughafen. Ich bin fünf hier. Ja, ja. Das ist wie Kasi, oder? Also, du siehst du? Passt mal. Das ist ein schlechtes Spiel. Also... Wenn man das denkt... Ich muss es überhaupt machen. Oh, oh, oh. Wo? Das ist Metall. Das ist Metall. Ja, das ist... Gestern habe ich den Chore... Gestern habe ich den Chore MCAB. Ja. Ja. Ich bin im Italien-Kino gefilmt. Ja. Vom Projekt... Wie sind die Astronauten? Ja. Also Amerika. Ja. Und ich habe gehört auf Tele-Bernburg. Mich? Auf Tele-Bernburg? Ja. 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 Aber sie hat auch noch Polizisten gesehen. Ja. 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 Ja, ja. 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 Was ist denn das? Ein Spiegel hinten? Ich wollte schon sagen, das ist zu Glück, das ist ja kein Metall. Ich habe nicht verstanden. Es hat auch Bier, Sky, Mathe. Ja, eine. Ja, das hat ein Problem. Alright. Ihr seht, hinten ist der Tram. Wir sind hier im Tram, am Tram fahren. Und ich heisse... Ich heisse Gücou. Und ich heisse Gücou, ja. Und weil ich Gücou heisse, ist es ab sofort verboten, im Tram zu musizieren, weil ich das Gücou nicht musizieren kann. Aber ich sehe immer Lied für den Tram fahren. Ich bin der Felle Gücou. Du bist der Felle Gücou. Felle Gücou. Also sehr schön. Ich mache jetzt eine Performance. Der Gücou macht doch Performance. Er ist ein wunderbarer Mensch. Er ist dann am Mischeln und am Organisieren. Und er ist... Flicken. Äh, ja. Der Gücou. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt kommt das. Das ist viel Merknis. Was mache ich denn? Jetzt muss ich ganz langsam... Siehst du? Jetzt muss ich euch ganz langsam schnell erklären. Ja. Ja. Und was das hier geht. Ja, also. Ja, also. Oh, oh, oh. Es geht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aber es ist um nichts gegangen. Das ist der Anfang eines Bild. Die Rolle ist Hanflinne. Aus der ersten Schnapsbronnerei der Schweiz. Hindelbal. Mit diesem Material haben sie ihre Leitungen isoliert. Und darum hat hier etwa 2 Meter gefärbt. Darum ist die Rolle nicht ganz 100 Meter. Weil hier ein Stück gefärbt. Und hier. Und... Ich habe die Rolle nicht gestohlen. Weil es diese Schnapsbronnerei ja nicht mehr gibt. Ich habe die Rolle mitgenommen zum E-Rei ins Hotel. In Dachstock 180 Quadratmeter. Ich habe angefangen, diese Rolle zu bemalen. Jetzt zeige ich ganz langsam mal, wie hoch ein Bild werden kann. Wow, welche Geschichte. Das Bild habe ich schon an Punk-Konzerten auf die Bühne geschossen. Und die Leute haben Togotanz in der Welt. Oder ich habe es an einer Fabrik-Ausstellung. Ich habe der offenen Tür am Boden gezählt. Ausgerollt. Es sind 43 Meter jetzt noch. Und ich habe den Leuten beobachtet, wie sie mit dem Bild umgingen. Wie sie das haben beobachtet oder nicht. Es gab also mal einen Vater. Der ist mit dem Kinderwegchen auf dem Bild gelaufen. Als wäre nichts. Ein anderer Vater hat sein Kind gesehen. Er hat gesehen, wie es rumspringt. Und er hat gesehen, als Kind geht in die Nähe von dem Bild. Und was läuft der Vater zu seinem Kind? Achtung, Bild! Sehr schön. Siehst du? Oder Frauen, die als Gruppchen gekommen sind an die Fabrik-Ausstellung. Und das Bild war am Boden ausgerollt. Und die Frauen sind da am Bild entlang getanzelt. Und haben über das Bild philosophiert. Ich habe es beobachtet. Wie sie philosophiert. Und dann war es sehr schön. Wie bei der Rehe. Die erste Frau hat den Satz geschnappt. Über das Bild. Ohne dass sie es berührt. Das ist ja auch ein Meter. Das war sehr schön. Und die anderen vier Frauen sind auch so hingegang geküpft. Wie dreht ihr mich? Es war ein Zugpulg. Es war ein Tropfen. ARD Text im Auftrag von Funk In den Auftrag von Funk In den Auftrag von Funk Untertitelung des ZDF, 2020